So ist an. Okay, stell ich mal nach vorne. Was ist das denn? Jetzt stell dich nicht vor der Kamera, sondern lach einfach so. Wie immer. Ja, das ist auch alles. Ja, ja! Jetzt ist doch schon ganz schön da. Oh, schöner Hintern, Franzi. Yeah, wir gucken einen Film. Oh, gucken wir Romy und Julia.